Sieht man da sowas, ne gell? Muss ich das mal ein bisschen höher machen? Warte, gleich gehts Video los. Warte, warte, warte. Vielleicht haben wir hiermit ein bisschen Erfolg. Arschen her. Fuck, es rutscht immer runter. So, jetzt gehts los. Nein, doch. So. Chip-Tune, Leute. Wir sehen, ich bin grad ein bisschen auf dem Strich. Ich hoffe, ihr seid interaktiv. Ich will eure Kommentare lesen. Auf meinem Kanal gibt es übelst viele Videos und die könnt ihr dann durchgucken. Was ihr toll findet, ist mir egal, weil hat euch das Drachen-Video gefallen? Also gib mir mal so ein bisschen Feedback. Ich lese das immer. Ich setze das nicht um, aber ich lese das. Mais mit Käse und Tomaten. Achso. Ich habe jetzt übrigens mir die Haare geschnitten. Wie ihr sehen könnt. Und ich werde jetzt jeden Tag zwei Videos raushauen, in denen ihr seht, wie ich meine Haare pflege. was ich da immer rein mache. Und dann könnt ihr mir quasi zugucken, wie meine Haare wachsen. Es wird enorm spannend. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ja, also 2016 wird viel auf euch zukommen. Und... Ja... Hat mir Heinrich gerade geschickt. Das ist ein Russe, der tanzt komisch. Und Heinrich ist eigentlich auch ein Russe, der komisch tanzt, wenn man genau überlegt. Kennt ihr Heinrich? Ich blende mir eben was ein. Achso. Ich will nicht immer dies, das Ananas sagen. Schreibt mal ein neues Fillwort in die Kommentare. Ich brauche mal euer Feedback. Der Kameraden Akku hält irgendwie zehn Minuten oder so, wenn man ihn voll auflädt. Kann sein, dass das gleich ausgeht. Ich kann doch Vlogs über meine Mützen und meine Brillen machen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall rein. Ja, ich hoffe das war informativ. Jetzt wisst ihr ungefähr was 2016 kommt. Sag es mir mal in den Kommentaren. Pardon. Adios. Hasta la vista. Und da. Da la tu quer pu alegria marcarina. Que tu quer pa espedal alegria cu sabena. Da la tu quer pu alegria marcarina e macarea. Hoi. Und, luni die Kopf raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.